Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ihr seht, dass das hier gerade nicht so ist, wie es normalerweise sein sollte. Und ja, ich muss sagen, ich habe es versprochen, dass Baby Challenge kommt und sowas. Deswegen musste ich mir jetzt irgendwas ausdenken, weil es durch Arbeit ist es wieder sehr, sehr knapp geworden von der Zeit her und ich war unfassbar müde gestern Abend. Ich nehme das heute am 22.08. auf, dann, wenn es hochkommt. Und deswegen, ja, gestern Abend habe ich dann noch das Gameplay aufgenommen, aber ich war so müde. Ich habe wirklich nur Quatsch gelabert und so. Deswegen habe ich das einfach mal entfernt. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, jetzt kann ich das auch noch mal hier nachträglich irgendwie machen und hoffe, dass es auch okay ist für euch. Und ja, ich habe das deswegen einfach alles verschnellert, damit ihr auch mal seht, dass ich wirklich hier nichts fake oder so. Also halt, dass die Kinder wirklich essen, dass die, ja, ich habe die jetzt öfter auf Klo geschickt. Normalerweise lasse ich die mehr sich in die Windel machen, aber naja, passiert, ne? Also, aber, also das ist das Einzige, was jetzt ein bisschen anders ist als sonst, aber ist ja auch egal, oder? Deswegen, ja, das wollte ich euch auch mal ein bisschen darstellen. Und auch sonst, ja, genau. Also, ich muss jetzt halt wirklich mal gucken, wie das jetzt wird mit den Videos und so, weil es ist halt schon wirklich, wirklich hart, wenn, ja, wenn ich arbeiten bin, ne? Also, ich würde trotzdem gerne zwei Videos die Woche bringen und, ja, aber das ist halt einfach, ich habe halt viel zu tun und, ja, also, ich weiß gerade gar nicht aus, wie viele Stunden ich mache, aber ich glaube 37 oder so, ich weiß es nicht genau. Aber das ist halt echt viel so und ich bin jeden Tag von 6 bis kurz vor 5 wach. Also, beziehungsweise ab 6 bin ich wach und um kurz vor 5 komme ich nach Hause. Und, äh, ja, das ist halt schon krass, ne? Vor allem, ich arbeite ja in der Kita und das ist halt schon sehr, sehr anstrengend für mich. Also, ich finde es auch irgendwie schön so, aber ich bin immer richtig fertig danach und es ist halt immer so, nehm ich jetzt wirklich noch auf und dann lasse ich es irgendwie doch, weil ich mir so denke, so, hm. Ich sehe übrigens komplett Trash aus, deswegen, weil ich kam noch zu nichts, um mich irgendwie fertig zu machen oder so. Ja. Ich habe auch Schlafsachen an, also, I mean, ja, kann man machen, bin halt ich, ne? Also, ich habe schon öfter an Schlafsachen aufgenommen, weil es ist so. Jetzt nicht so unbedingt passend, würde ich ja sagen, behaupten. Aber ist egal, tut jetzt auch nicht zur Sache, ne? Aber, ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr anstrengend für mich und deswegen, ja, muss ich halt gucken, ob ich das wirklich hinbekomme, zwei Videos die Woche zu machen. Ich möchte, ich möchte halt, also ich muss halt einfach in den Rhythmus reinkommen. Ähm, zum Beispiel, dass, äh, dass ich jetzt sonntags dann für Mittwoch das Video vielleicht schon komplett fertig mache und dann irgendwann in der Woche abends, dass ich dann zumindest schon mal aufnehme für die Baby-Challenge, dass ich dann vielleicht irgendwann, wenn ich halt zwischendrin Zeit habe oder nicht ganz so erschöpfe, bin, dass ich das dann schneide oder so, weil, ja, es ist halt schon hart. Also, die Thumbnails sind gar nicht das Problem, also die kriege ich auch so zwischendrin hin. Die sind für mich jetzt nicht so anstrengend. Also, das ist jetzt das geringste Problem und sonst hat mein Video vielleicht erstmal kein Thumbnail und das wird dann nachgereicht. Dann ist es halt so, ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, würde ich behaupten. Aber, ja, ne? Ehm, und auch sonst, ja. Ich muss mal gucken, ich kriege da schon irgendwie hin, weil ich möchte, dass sie nicht aufgeben, weil das ist so ziemlich das einzige Hobby, was ich habe. Und das aufzugeben wäre halt ein bisschen dumm. Und außerdem freuen sich ja Leute immer auf meine Videos und das freut mich sehr. Und ich bin auch froh, dass das Tutorial-Video ganz gut ankam, auch wenn sich das noch nicht so viele angeschaut haben, aber die Bewertungen sind halt sehr, sehr hoch dafür, dass es halt nur so wenig Aufrufe hat. Also, es ist normal so, aber es hat mehr Likes als meine sonstigen Videos, die so viel Aufrufe haben und deswegen ist das ja schon mal gut. Und das freut mich sehr, weil das zeigt ja letztendlich nur, dass ich Leuten geholfen habe oder helfen kann, so. Und, ja, ich möchte halt Tutorial-Videos halt nur machen, wenn es halt irgendwie wichtig, also so Sachen sind, die ich in so einem deutschen Raum noch nicht so gesehen habe. Und, ja, ne, also ich möchte ja letztendlich nur Leuten helfen. Und wenn ich das kann, dann ist das immer sehr, sehr schön. Das freut mich immer richtig. Und, ja, in dem Video sind, glaube ich, zwei Kinder gealtert. Und, ja, das eine Kind, das stylen wir dann nächstes Mal um in der Folge. Weil, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber nächstes Mal können wir dann halt einfach das Umstern-Ding mit da reinpacken. Da habe ich richtig Bock drauf. Und, ja, ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe wirklich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es ein normaler Part ist, wenn es ein normales Video ist und nicht nur was hier. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!